Mein Name ist Petra Schwarz und ich habe 2009 die Agentur Schwarz exklusiv gegründet. Ich arbeite als Fotografin in meinem Studio in Wuppertal und in diversen Locations Outdoor und Indoor. Bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt. Mein Portfolio umfasst die Bereiche Business, Beauty, Kinder- und Familienporträt sowie Mode und erotische Aufnahmen. Mein Team bestehend aus Make-up und Hairstylisten, Modedesignern oder Location Scouts steht mir nicht nur für außergewöhnliche Produktionen zur Verfügung, sondern auch auf Kundenwunsch bei Business- oder Portrait-Shootings. Die Fotografie ist für mich nicht nur ein Beruf, sondern eine große Leidenschaft, genauso wie die Mode. Fashion spielt für mich eine große Rolle nicht nur in der Fotografie, sondern auch in meinem Blog. Beste Resultate erreicht man nicht nur durch professionelle Technik, sondern wenn zusätzlich am Set ein wunderbares Klima und eine super Stimmung herrschen. Vielleicht sehen wir uns schon bald vor meiner Kamera oder Sie lesen von mir in meinem Blog. Bis bald! Servus, Ihrer Petra Schwarz. getraue ��ling training journalist